Heute reden wir über den Absturz von Unge. Jedenfalls sieht es auf YouTube, Instagram und Twitch so aus, als würde er abstürzen. Und damit willkommen zurück meine toxischen Zaya-Gins, heute sprechen wir über die Unge-Thematik. Und falls ihr euch jetzt fragt, warum spricht der jetzt darüber, ganz ehrlich, ich finde es wichtig, den jungen Zuschauern zu vermitteln, dass euer Lieblings-Influencer vielleicht gar nicht so perfekt ist, wie ihr glaubt. Doch worum geht es? Unges Ex hat sich auf YouTube mit harten Vorwürfen gegen ihn geäußert. Auch ein ehemaliger Freund oder Kumpel von ihm hat sich zu ihm geäußert und Unge hat daraufhin ein Statement gemacht. Und ich will hier wirklich nur auf die wichtigsten Punkte eingehen und wir starten mit dem wirklich unangenehmsten Punkt, der sich bewahrheitet hat. Nämlich folgender. Rachel hat mir von Unges geheimen Zweit-Account auf Twitter erzählt, äh, Lurk-Girlie, wo er sich als eine andere Person ausgibt, dessen einziger Inhalt es ist, Unge zu verteidigen. Und ich finde mit dem Profilbild, der Rechtschreibung und den Takes wirkt das auch sehr obvious. Irgendjemand auf Twitter schreibt, Unge war hier und da ein bisschen problematisch und dann kommt Unge als Lurk-Girlie und sagt, nein, Unge hat alles richtig gemacht. Es ist so insane. Das ist wirklich so unangenehm, dass ich Gänsehaut bekommen habe. Stellt euch mal vor, ihr macht euch einen Fake-Account, um euch selber dann zu verteidigen. Was glaubt ihr, wie Unge reagiert hat, als wir seinen Fake-Account gefunden haben? Ich bin nicht Eugene Krabs, ich bin Benjamin, Benjamin Blümchen. Wie auch immer, Unge hat in seinem neuen Statement auch bestätigt, dass er das ist. Vergessen dieses Lurk-Girlie-Thema. Jo, komplett peinloh. Ich habe mir einen zweiten Twitter-Account gemacht, der hieß Lurk-Girlie. Ich habe, als so ein Thema damals war, wo ich keine Lust hatte, in meinem Haupt-Account irgendwie zu schreiben, habe ich mich damals mit dem zweiten Account selbst verteidigt. Also nach dem Motto, als dritter Person. Nach dem Motto, ey, Unge hat da schon recht oder so. Übel peinlich, ja. Das ist wirklich sehr unangenehm, sich selber zu verteidigen und das mit einem Fake-Profil. Ironischerweise war der letzte Post mit diesem Fake-Profil dieser hier. Wer Aiblali glaubt, hat seine Kontrolle verloren. Der Post ist nicht mal ein Tag alt und ist jetzt schon schlecht gealtert, denn Aiblali hatte damit recht. Und ganz ehrlich, Unge ist mir schon damals negativ aufgefallen, als er die Sache mit ABK hatte. Obwohl wir ja befreundet sind. Warum sind wir auf einmal, wenn du mit Kuchen-TV und da sitzt plötzlich nur Freunde mit Gänsefüßchen? Wann macht man das denn? So nach dem Motto, Freunde, tja, wenn man es so nennen mag, auf den nach dem Motto. Wie auch immer, kommen wir zu den Aussagen seiner Ex, denn Unge hatte ihr vorgeworfen, dass sie wegen Reichweite und Geld bei ihm ist. In seinem Statement hat er ja geschrieben, dass er das Gefühl hatte, dass ich ihn als Sprungbrett benutzt habe, für Geld. Die Sache ist aber, dass er halt derjenige war, der mir ständig Fotos von seinem Auto geschickt hat, von Geldbeträgen, Briefumschlag mit einem Batzen Geld drin. Es ist wirklich sehr unangenehm, wenn man so auf Krampf mit Geld flext. Also dieses Foto mit dem Brief und den 20.000 muss wirklich nicht sein. Über das andere Foto mit dem Auto kann man streiten, vielleicht wollte er ihr nur zeigen, wo er gerade ist. Wie auch immer, sie behauptet auch, dass der Respekt in der Beziehung gefehlt hat und zeigt folgendes. Wirklich von ihm respektiert gefühlt. Er erzählt mir nichts, er sagt mir nichts von seinen Plänen, er braucht von Menschen, die nicht so viel verdient haben wie er, keine Tipps, keine Ratschläge. Also Unge wirkt schon sehr bodenständig vor der Kamera, aber wenn er wirklich behauptet hat, er nimmt keine Tipps von Leuten an, die weniger verdienen, dann ist das schon maximal abgehoben. Aber ob das stimmt, wissen wir leider nicht. Wie auch immer, jetzt kommt wir zu den harten Anschuldigungen bezüglich ihrer Katze. Wenn du deine Katze wiedersehen willst, wirst du mit mir ausgehen. Sorry, das musste sein, aber jetzt kommt ihr Statement. Er hat Tiger angeschrien. So laut, dass es mir schon in den Ohren wehtat. Ihn mit seinen Schuhen beworfen, mit Möbeln beworfen, die Containertür aufgerissen, ihn rausgeschrien. Er hat auch einmal meinen Koffer auf ihn geschmissen. In seinem Statement sagt er ja, dass er Tiger nur rausgescheucht hätte. Ich hoffe, jetzt ist ein bisschen klar, dass ein bisschen mehr passiert ist als das. Wenn das wirklich stimmen sollte, ist das natürlich krass, denn er ist ja vegan und tierlieb. Aber schauen wir uns doch direkt an, was Unge dazu gesagt hat. Denn er hat gesagt, dass er sie angeschrien hat und rausgescheucht hat, stimmt wohl. Aber das mit dem Koffer scheint wohl nicht zu stimmen. So krank, wie es da dargestellt wurde, ist es nicht. Ich habe keinen Koffer nach der Katze geworfen. Ich kann mir nur vorstellen, dass im Streit irgendwie mal, dass ich mal irgendwie gegen den Koffer gerannt bin, weil das halt wirklich eng in diesem Container ist. Und dass es dann so dargestellt wurde, dass ihre Schwester geschrieben hat, er hat mit dem Koffer nach der Katze geworfen. Und dass es im Nachhinein jetzt so ausgelegt wird, als wäre es die Realität, ist es meiner Meinung nach nicht. Ich habe trotzdem Dinge getan, wo ich denke, es hätte nicht sein müssen. Ja gut, auch hier scheint die Wahrheit irgendwo in der Mitte zu liegen. Aber zur Katzenthematik sagt er noch Folgendes. Rachel hat daraufhin geantwortet und Folgendes auf Twitter gepostet. Er hat tatsächlich primär Angst vor Männern, aber nicht wegen dem Ex meiner Mom, der hat ihn auch nicht besoffen getreten. Also auch hier wieder Aussage gegen Aussage. Keine Ahnung, was hier stimmen soll. Dennoch behauptet die Ex, dass Folgendes passiert sein soll und das sind schon wirklich heftige Vorwürfe. Ich wollte dazwischen gehen, weil ich wirklich dachte, gleich schlägt er ihn. Es reicht ja schon, dass er ihn mit Sachen beschmeißt und abwirft. Und dann hat er mich einfach auch auf den Boden, also geschubst. Und klar, er ist kräftig. Ich bin einiges kleiner als er. Ich bin hingefallen. Und statt sich zu entschuldigen, sagt er so, hat er mich angeschrien und sagt, ja, steh sofort auf, steh sofort auf, mach das weg. Ich dachte, was ist das? Ich saß auf dem Boden, hab wirklich Heulkrämpfe gehabt. Wenn das stimmt, ist das natürlich maximal ekelhaft von Unge, denn Gewalt gegen Frauen geht gar nicht. Aber fairness halber hören wir uns an, was Unge dazu sagt. Es gab keine körperliche Gewalt, es gab keine körperliche Gewalt. weil ich das in ihrem Video sagt, dass sie da noch nicht drüber sprechen möchten, dass es auch vielleicht körperliche Gewalt gab. Es gab keine körperliche Gewalt. Und das möchte ich mir auch nicht eben so andichten lassen. Es gab keine körperliche Gewalt. Und hier wissen wir wieder mal nicht, was jetzt stimmt. Denn beide behaupten etwas anderes. Was ich aber uncool fand, ist, dass versucht wurde, ihr Video runterzunehmen. Ob es von Unge kam, keinen Plan. Wie auch immer, kommen wir zu Iblalis Statement. Er hat nämlich erzählt, dass ihr Streit schon 2015 losging, weil Unge etwas mit seiner Ex hatte. Und Unge hat wohl das Ganze abgestritten. Das war wohl gelogen, denn die Dame hat letztendlich zugegeben, dass da was läuft. Unge hat also gegen den Bro-Kodex verstoßen und hat in seinem Statement auch zugegeben, dass da was lief. 2015 hatte Unge heimlich was mit Iblalis Ex-Freundin. Und das stimmt. Ich hatte was mit Iblalis Ex-Freundin. Ich kannte ihn ja. Wir waren nie Freunde. Wir waren nie mega gute Homies oder so. Wir waren Bekannte. Halt getroffen mit anderen in der Gruppe und auch mal alleine und so. Aber wir waren nie irgendwie dicke Freunde oder irgendwie sowas. Aber ich hatte was mit seiner Ex-Freundin. Ja, das stimmt. Und ist es korrekt? Nein, ist es nicht. Ja, wirklich miese Aktion. Aber was Iblali wirklich stört, ist, dass sich Unge nie entschuldigt hat. Sie hat sich bei mir dafür entschuldigt. Aber wisst ihr, wer sich nie dafür entschuldigt hat? Ja, Simon Unge. Soweit ich weiß, bestreitet er das heute noch. Das ist schon echt hart. Aber was jetzt Unge dazu sagt, finde ich etwas komisch. War es korrekt? Nein. Bin ich ein Arschloch? Ja. Hätte ich das machen sollen? Nein. So. Ich habe mich nie dafür entschuldigt. Es wird gesagt als Einpunkt, ich habe mich nie dafür entschuldigt. Und das stimmt. Ich habe mich auch bei Victor nie dafür entschuldigt, weil ich weiß nicht, wofür ich mich hätte entschuldigen sollen, weil ich mit Victor eben nicht super close war. Also er weiß schon, dass es unkorrekt ist, aber versteht nicht, warum er sich entschuldigen soll, weil sie jetzt keine Best Friends waren. Also ganz ehrlich, selbst wenn es nur ein Kumpel war und du was mit seiner Ex hattest, kannst du dich doch einfach entschuldigen. Ich glaube, hier stand ihm sein Ego im Weg. Aber das ist nur meine Vermutung. Wie auch immer, Jahre später wollte Vic nach Madeira ziehen und wollte Unge nach einem Tipp fragen. Ja, Hauptsache die Karriere in Deutschland aufbauen, aber die Steuern dann in Portugal zahlen. Wie auch immer, er hat also Unge angeschrieben. Und ich habe dann Simon so richtig nett angeschrieben, hey Simon, was geht? Ich habe von dieser Ansprechpartnerin gehört, hast du zufällig ihre Nummer? Und ich habe jede Antwort erwartet, außer die, die jetzt kommt. Er sagte mir nein, er wird mir keine Nummer geben und er möchte auch nichts mit mir zu tun haben, aber er könne mich ja nicht aufhalten, wenn ich auf die Insel ziehe. Holy Shit, was geht denn jetzt ab? Ich war völlig schockiert und ich wusste erst mal gar nicht, was die antworten soll, weil der letzte Stand war ja, dass zwischen uns alles in Ordnung ist. Kurz gesagt, er wollte ihnen keinen Tipp geben und war auch irgendwo dagegen, dass er nach Madeira zieht, weil er keinen Bock auf ihn hat. Und als Vic es geschafft hat, nach Madeira zu ziehen, ist ihm was Komisches aufgefallen, denn andere Influencer waren auf einmal komisch zu ihm. Irgendwas stimmt hier nicht. YouTuber und Streamer auf Madeira, mit denen ich zuvor gut war, antworten mir auf einmal nicht mehr und einer hatte mich sogar blockiert, obwohl ich ihm nie was getan habe. Dann erzählte mir jemand im Vertrauen, dass Simon zuvor versucht hat, alle Influencer dort dazu zu bringen, dass sie sich von mir fernhalten. Und ihr dürft das nicht verwechseln, Simon hat nicht einfach nur ein bisschen doof über mich geredet, weil er mich nicht mochte, sondern es ging schon sehr in Richtung Hetzkampagne, in der alle möglichen Leute involviert wurden. Das sind wirklich harte Vorwürfe und er hat sogar ein, zwei Beweise eingeblendet, die zeigen, dass Unge wohl mit anderen über ihn schlecht geredet hat. Ich habe mir Unges Statement von Anfang bis Ende gegeben und muss sagen, ich finde es schade, dass da keine aufrichtige Entschuldigung drin war. Aber anscheinend hat er das auch gemerkt und auf Twitter folgendes gepostet. Ich finde das Statement schon viel besser als das Original, denn das ist mal eine aufrichtige Entschuldigung. Aber was ich irgendwie witzig fand, war dieser Satz hier. Ja, Bro, ich habe zwar deine Ex geballert und dich belogen, aber komm, ich gebe dem Burger und eine Cola aus und dann ist alles gut. Spaß beiseite, aber ich finde es cool, dass er ihn anbietet, dass sie sich nochmal treffen und das besprechen. Denn ganz ehrlich, sowas finde ich, hat nichts im Internet verloren. Wie auch immer, er entschuldigt sich auch bei seiner Ex. Hier an dieser Stelle nochmal an Rachel. Es tut mir auch leid, für alles, was ich in der Beziehung getan habe und wie ich mich verhalten habe. Deswegen möchte ich mich auch aufrichtig entschuldigen. Ich war nicht korrekt. Ich war einfach nur ein Stück Scheiße und vieles, was Rachel auch in ihrem Statement gesagt hat, habe ich auch schon eben in meinem dann gesagt. Stimmt, Rachel ist ein liebevoller Mensch, auch wenn da nicht immer alles zu 100% die Wahrheit war, was da jetzt in den letzten Tagen gedroppt ist. Aber das ist klar, jeder hat auch eine andere Wahrnehmung. Wie auch immer, das Statement fand ich schon besser als das YouTube-Statement und er sagt sogar, dass er an sich arbeiten wird. Keine Ahnung, krankes Ego hatte und auch immer noch habe und jetzt an mir arbeiten werde und mir deswegen auch die Zeit nehme und es tut mir einfach leid. Ja, Freunde, was kann ich zum Abschluss sagen? Nur weil ein Influencer vor der Kamera nett ist und immer lächelt, heißt es nicht, dass er hinter der Kamera genauso korrekt ist. Ich glaube, es gibt so einige schwarze Schafe unter den Influencern und ich bin gespannt, was noch alles rauskommen wird. Wie auch immer, ich und LurkGurly würden uns über ein Like freuen. Schreibt mal in die Kommentare, was ihr dazu denkt und ganz wichtig, abonniert den Kanal. Danke fürs Zuschauen.